Ein Kind ist ab dem Alter von zwei Jahren in der Lage, seine eigene Autorität einzuschätzen und sollte deshalb nicht mehr von seinen Eltern gemaßregelt werden. Kinder wissen ganz von alleine und intuitiv, wann sie sich ruhig und wann energetisch verhalten dürfen. Louis Ferdi! Die Mama ist gerade in einem sehr wichtigen Gespräch. Ich bitte dich deshalb, dieses aktiv-passiv-aggressive Verhalten nicht an den Tag zu lenken und deine Taten zu überdenken. Das Kind, die intrinsische Fähigkeit besitzt, wie eine Erwachsene oder wie ein Erwachsener oder wie eine Diverse oder wie ein Diverser, also die Situation quasi konstant... Alle Theorien sind natürlich genau an meinem eigenen Kind empirisch geprüft, angewendet und verifiziert worden. So, gut. Wo waren wir? Also, ähm, und, ähm, das Kind quasi selbst entscheidet, was es für richtig und was es für falsch empfindet. Ja, davon handelt das Handbuch im Grundsatz... Ja! Vielen Dank.